Hallo liebe Sternenbürger und willkommen zu den Star Citizen News. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder reinschaut. In dieser Woche habe ich unter anderem folgende Themen für euch. Halloween-Wettbewerbe und viele Infos zu kommenden Feature-Erweiterungen. Also bleibt dran für die News der Kalenderwoche 42 im Oktober 2019. Alle Links zu den Quellen findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Zunächst noch eine Richtigstellung. In den News der Kalenderwoche 41 hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass der Quantenunterbrecher eine Reichweite von 20.000 Kilometern hat, sind allerdings nur 20.000 Meter. Ein weiterer Zahlendreher hatte sich im Skript zum Sale der RSI Mantis eingeschlichen. Da kostet das Dragnet-Paket natürlich wie auch angezeigt 1.353,63 Euro. Halloween-Wettbewerbe. Auch in diesem Jahr gibt es zu Halloween was zu gewinnen. Ihr könnt dazu einen Kürbisschnitzen und sollt dann die Bilder mit dem Hashtag Star Citizen und Halloween auf Twitter posten. Oder ihr macht im Caves of Horror Contest mit, da sollt ihr gruselige Screenshots in den Höhlen machen und im Spectrum posten. Zu gewinnen gibt es jeweils eine Valkyrie mit Liberator Skin, eine Terror Pin oder eine Origin 315P. Alle selbstverständlich mit Lebenszeitversicherung. Allen Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg. Star Citizen Live 3.7 Roundup In dieser Woche sind mit Dan Truffin, Garrett Bourne und Jake Ross Vertreter von allen Studios weltweit in der Live-Sendung und diese widmet sich komplett den Fragen der Community zu 3.7, hier für euch alle Informationen zusammengefasst. Es wird nicht dabei bleiben, dass wir Sammelgegenstände einfach nur verkaufen. Es wird später auch essbare Pflanzen geben oder auch Objekte, die wir untersuchen können, was dann zum Forschungsgameplay gehören wird. Auch wird sich dies auf andere Berufe auswirken und es wird viele Möglichkeiten geben, wie wir die eingesammelten Rohstoffe weiterverwerten können. Derzeit gibt es über 200 verschiedene Missionen und nicht alle lohnen sich zu teilen. Doch nun wo man diese Mechanik im Spiel hat, wird man in der Zukunft Missionen erstellen, bei denen man unbedingt in einer Gruppe agieren muss. Die neuen Frisuren und Bärte, die man auf der letzten CitizenCon sehen konnte, werden derzeit auf Squadron 42 Charaktere angewendet und wenn man damit fertig ist, wird man diese sicher auch bald im Verse sehen und nutzen können. Das Multitool wird seinem Namen in Zukunft noch gerechter. So wird es zum Beispiel einen Traktorstrahlaufsatz geben, mit dem wir kleinere Behälter bewegen können. Weitere Aufsätze werden, so wie sie benötigt werden, natürlich später entwickelt. Der Schneideaufsatz kommt derzeit nicht so zum Einsatz, wie man das ursprünglich geplant hat. Es liegt aber nicht daran, dass die Technik nicht vorhanden wäre, sondern dass man keine Zeit gefunden hat, hier weitere Möglichkeiten einzubauen. Aus der abgestürzten Satellitenmission hat man das Multitool rausgenommen, da viele Leute keines dabei hatten und die Quests so nicht beenden konnten. Das wird man allerdings wieder ändern, jetzt wo mehr Spieler ein Multitool mitnehmen. Man wird mit dem Multitool später vielleicht Abkürzungen bei Missionen nehmen können oder zum Beispiel Kisten mit zusätzlichen Items öffnen können, die man dann mitnehmen kann. Aber man will Spieler nicht zwingen, ein Multitool zu besitzen, um eine Mission abschließen zu können. Wir finden im Moment so wenig Sammelgegenstände, was nicht daran liegt, dass sie nicht da wären, sondern dass ein First-Person-Radar fehlt, welches uns diese anzeigt. Dieses Radar sollte eigentlich mit 3.7 ins Spiel kommen, aber es gab noch einige technische Probleme, weshalb es dann doch nicht erschienen ist. Um die selteneren Sammelgegenstände außerhalb von Höhlen zu finden, sollen wir mal in Wüstengegenden mit Atmosphäre, in der Savanne oder den ätzenden Gegenden suchen, wie uns Dan Truffin dann erzählte. Derzeit arbeitet man an 3.7.1, um möglichst viele Fehler rauszubekommen, sodass man ein gutes Spielerlebnis hat. Es ist geplant, dass es auch einen 3.7.2-Patch gibt, der möglichst viele Probleme beheben soll, denn 3.8 soll Ende des Jahres online gehen und dann so reibungslos wie möglich laufen. NPC-Schiffe, die aufgebracht wurden, hinterlassen zwar ihre Fracht, aber diese despawn mit dem Schiff, was definitiv nicht so gedacht ist. Hieran arbeitet man derzeit auch. Der Rucksack ist die erste Implementation des Inventarsystems. In der Zukunft werden weitere Kleidungs- und Rüstungsteile kommen, die über Inventarplatz verfügen. Diese werden zu einem Inventar addiert, welches wir dann mit Sammelgegenständen füllen können. Steine und Asteroiden, die wir im Bergbau abbauen können, werden in Zukunft noch weitere Varianten erhalten. Dadurch wird es aber auch nötig sein, dass wir unter Umständen einen stärkeren oder anderen Laser benutzen. Früher oder später können wir also auch die Laserkomponente austauschen. So wie wir zum Beispiel einen Medpen benutzen, um uns zu heilen, kann man sich vorstellen, dass es zum Beispiel etwas gibt, das man beim Mininglaser injizieren kann, wodurch dann zum Beispiel eine Überladung schneller abklingt. Abgebaute Erze sind vermischt mit anderen Stoffen und gemischt mit anderen Rohstoffen. Wir können diese in Raffineriestationen aufarbeiten lassen, um möglichst reine Rohstoffe zu erhalten, die sich dann besser verkaufen lassen. Diese Stationen arbeiten dann automatisch und der Prozess kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Tagen dauern. Aber auch dieses Gameplay ist noch nicht so weit, dass man es implementieren kann. In der Zukunft sollen wir einfacher anhand der Missionsbeschreibung erfahren, ob wir zum Beispiel ein bestimmtes Werkzeug oder eine Gruppe benötigen, um diese anzugehen. Mit dem Missionssharing will man auch Aufgaben reinbringen, die weitaus höhere Belohnungen bieten. Derzeit wurden einfach die Singleplayer-Missionen teilbar gemacht. Nun, wo man diese Mechanik implementiert hat, wird man auch Missionen anbieten, die speziell für Gruppen gedacht sind. Missionen, bei denen Gegner nicht auftauchen, sind nervig, aber auch hieran arbeitet man. Es bedeutet aber nicht zwingend, dass die Mission fehlerhaft ist. Es kann auch einfach sein, dass ein Gegner nicht auftaucht, weil eine andere Spielmechanik einfach nicht funktioniert. Auch an den Höhlen wird selbstverständlich weitergearbeitet. So gibt es bereits Prototypen für verschiedene Höhleneingänge, wo wir zum Beispiel mit einem Schiff landen können oder mit einem Fahrzeug reinfahren können. Da die Planeten und Monde Tag- und Nachtzyklen haben, arbeitet man auch an einer dynamischen Beleuchtung, die darauf reagiert. So ist ein Höhleneingang zum Beispiel in der Nacht beleuchtet und am Tag dann eben nicht. Mit dem serverseitigen Object-Container-Streaming wird es möglich sein, mehr und vor allen Dingen größere Höhlen zu realisieren. Mit 3.71 werden alle Schiffe wieder claimbar sein. Dieser Bug wurde behoben, das sagt zumindest Jake Ross. Mit 3.71 wird man noch zuverlässiger in Betten aus- und einloggen können. Es wird nicht zu 100% immer klappen, aber meistens. Man hat Überwachungstools im Hintergrund laufen, um mehr darüber zu erfahren, was da, wenn eben etwas nicht funktioniert, schiefläuft. Terminals, an denen wir unsere Strafzettel bezahlen können, werden kommen. Man wird in Zukunft ein Radar in allen Schiffen einbauen können, das Ressourcen finden kann. Doch dies kommt auch mit einem Nachteil, wenn es dann vielleicht nicht so gut ist, um Feinde aufzuschalten oder ähnliches. Höhlen sind nicht scannbar, da es im Verhältnis zur Größe eines Planeten oder Mond viel zu wenige davon gibt. Diese müssen eine enorme Signatur haben, damit man sie ohne eine Mission finden kann. Wenn mit dem serverseitigen OCS alles so läuft, wie man sich das erhofft, dann wird es deutlich mehr Höhlen geben und dann werden wir diese auch durch Scannen finden können. Solange wird es eben Missionen geben, die uns den Weg weisen. Auch hier denkt man an eine Radar-Variante mit einer Spezialisierung auf Bodenschätze zum Beispiel. Man wollte deutlich mehr Höhlen reinbringen. Man hat mal versucht, 500 Höhlen auf Aberdeen zu implementieren, wo danach die Server gecrashed sind. Man wird sich überlegen, ob man die Rucksäcke oder anderes Equipment von anderen Spielern klauen kann, aber vermutlich nicht, da es hier einige technische Limitierungen gibt. Man könnte einen Traktorstahl ganz einfach in das Spiel implementieren, aber man muss auch immer mit der Kreativität der Spieler rechnen, weshalb es deutlich länger dauert, ein Feature einzubauen, da man es richtig machen möchte. Da es später auch möglich sein wird, Scandaten zu verkaufen oder weiterzugeben, wird es auch möglich sein, diese Daten auf dem Helm zu projizieren, um damit zum Beispiel Erzvorkommen anzeigen zu lassen. Roadmap Roundup. In dieser Woche gab es keine wichtigen Änderungen, da man derzeit noch schaut, welche Feature es final in die Version 3.8 schaffen werden. Und das war es dann auch für diese Woche. Hat euch das Video gefallen, gebt ihm ein Like und lasst ein Abo da für weitere News und Tutorials rund um Star Citizen. Ich wünsche euch eine schöne Woche im Wörs. Ich wünsche euch das Video gefallen, bis zum nächsten Mal.